Heute ist es wieder ganz schön warm. Oh, hallo. Schön, dass du mich heute besuchen kommst auf meiner kleinen, einsamen Insel. Herzlich Willkommen bei Sleepy Moon Island. So schön, dass du da bist. Du kommst doch sicherlich von Sarahs ASMR aus, oder? Warst du da vor mir? Sehr schön, da gehe ich auch total gerne vorbei und verbringe ein bisschen Zeit mit ihr, wenn es mir hier ein bisschen zu einsam führt. Ja, total toll, da mag es ja auch sehr, sehr gerne. Ich kann dir auch noch drei weitere Inseln empfehlen, wenn ich das darf. Eine Gänztruhe vielleicht schon. Und zwar ist das Gentle Voice ASMR. Die liebe Bianca, genau, ja. Da gehe ich auch total gerne vorbei und vielleicht zeigt sie dir ja auch ihre einsame Insel. Dann kann ich dir auf jeden Fall noch ASMR-Glücksmomente empfehlen. Auch ein super, super schöner Kanal mit einem ganz tollen ASMR-Mikrofon. Da gehe ich auch sehr, sehr gerne vorbei. Und eine ganz, ganz neue Insel. ASMR-Divinity.de Die hat auch ganz, ganz tolle Sounds auf ihrer Insel. Kann ich dir sehr empfehlen. Schau da gerne mal vorbei. Grüße und ganz, ganz viel Liebe kannst du von mir mitnehmen. Möchtest du wissen, was ich für uns auf meiner kleinen Insel mitgebracht habe? Ja, das sind eher so nützliche Dinge. Fünf Stück. Und wenn du magst, kann ich dir die Sachen, die ich ausgewählt habe, gerne zeigen. Ich habe natürlich auch ein bisschen auf die Geräusche geachtet. Dann starten wir mit dem ersten Gegenstand. Als erstes dachte ich, dass ein Messer für uns wichtig ist, dass wir uns auch unser Essen zubereiten können. Ich hätte lieber ein Schweizer Messer zum Beispiel mitgenommen, was ein bisschen schärfer ist. Aber ich denke, damit kommen wir auch erst mal zurecht. Damit können wir uns dann den Fisch, die wir fangen haben, zubereiten. Oder die Früchte schneiden, die es hier auf der Insel gibt. Wir haben hier glücklicherweise ganz, ganz viele leckere Früchte. Da werden wir auf jeden Fall nicht erworben und können uns auch alles zubereiten und zerkleinern. Genau, das habe ich einfach von zu Hause mitgenommen. Und wenn wir Leckerfisch gefangen haben, müssen wir den natürlich auch zubereiten. Ich esse nämlich nicht so gerne Ruhesachen. Deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, dass wir was haben, womit wir Feuer machen können. Deswegen habe ich uns noch Streichholzer mitgenommen. Und ich finde die Börsen vom Look her total auf meine einsame Insel, oder? So, passt ja schon besser mit dem ganzen Olibus. Damit können wir uns dann ein Feuer machen und unseren Fisch zubereiten. Und einfach noch gemütlich am Lagerfeuer beinachteten. Das ist hier mit dem Meeresrauschen am Strand total schön und entspannend. Und damit können wir uns erstmal ein Feuer machen und in der Zwischenzeit lernen. Und dann mache ich mal mit Feuerstein und Feuer hat, weil so Streichhölzer ja auch nicht glücklich halten. Wobei wir noch ein paar Streichhölzer haben. Wobei wir noch ein paar Streichhölzer haben. Derher ist noch eins am Brücken. Der Lagerfeuer zubereich ist jetzt an Röhne. Wir werden noch ein paar Streichhölzer verbräuchte. Er. Schäuzer. Der Lagerfeuer. Wohl. Der Lagerfeu. Der Lagerfeu. Der Lagerfeu oder vorstätig. Feuer, keine Angst, ich hab's im Griff. Und wenn wir so schön am Lagerfeuer sitzen und die Wellen genießen, kann ich dir auch etwas von dem Buch vorlesen, was ich mitgebracht habe. Damit verbringe ich gerne Zeit auf meiner Insel mit dem Lesen. Dann fühlt man sich auch nicht so alleine, wenn ich mal kein Besuch habe oder zu den anderen mit dem Lesen gehe. Das ist ein ganz altes Buch. Aus dem ich dir auch sehr gerne mal vorlesen kann. Das sind Krimsmärchen. Die Seiten sind schon ganz vergilbt und locker teilweise. Und es riecht nach altem Buch. Ich mag den Geruch sehr sehr gerne. Ich mag den Geruch. Ich mag den Geruch. Und es sind kleine Zeichnungen enthalten. Und das ganze Buch ist noch in altdeutscher Schrift geschrieben. Magst du, dass ich dir vielleicht eine kleine Passage vorlese? Ja, gerne. Ich kann dir auch gerne mal eine volle Geschichte vorlesen. Ein ganzes Märchen für dich. Das ist Märchen Nummer 16. Die drei Schlangenblätter. Es war einmal... Das ist der schönste Anfang, der ein Märchen überhaupt haben kann. Es war einmal ein armer Mann, der konnte seinen einzigen Sohn nicht mehr ernähren. Da sprach der Sohn, Lieber Vater, es geht euch so kümmerlich. Ich falle euch zu Last. Lieber will ich selbst fortgehen und sehen, wie ich mein Brot verdiene. Das klingt fast wie das Meeresrauschen, oder? Das klingt fast. Ja, dann! Genau. Ich bin dafür lustig. Ich mache jetzt mal deine Küche auf demsenzischen Bier. Das ist lustig. Alles gut. Ich bin einfach. Bist du hier. Okay. Okay. Weihnachten 1911. Also ein Buch muss für mich auf einer einsamen Insel auf jeden Fall sein. Und dass ich auch nachts lesen kann, vor dem Schlafengehen zum Beispiel, wenn ich das Feuer schön gelöscht habe, habe ich uns beide eine kleine Taschenlampe mitgebracht. Falls wir auch nachts mal aufs Klo müssen, können wir uns damit den Weg leuchten, sodass wir nicht über Blätter oder Wurzeln stolpern. Und damit kann ich ein bisschen follow the light. Follow the light. Von links. Nach links. Follow the light. Mit deinen Augen. Du brauchst keine Angst. Das Licht leuchtet dir den Weg. Die Dunkelheit kann uns nichts ausmachen. Wir sind dir sicher. Auf unserer Insel. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Du bist sicher hier bei mir. Du bist sicher bei mir. Und du bist sicher bei mir. Du bist sicher bei mir. Lieber wären wir eine Taschenlampe, die mit Solarlicht geladen wird. Weil dann haben wir immer, immer Licht. Aber die sind deutlich auch lang. Und beim letzten Gegenstand habe ich ein kleines bisschen geschummelt. Weil das sind eigentlich zwei Zustände. Aber die kann man eigentlich nur zusammen benutzen. Deswegen dachte ich, dass das passt. Als letzten Gegenstand habe ich uns nämlich Stift und Papier mitgenommen. Damit können wir uns Notizen machen. Eine Flaschenpost schreiben. Landkarten entwerfen. Wenn wir neue Plätze entdecken. Oder wenn ich hier alleine bin, meine Gedanken aufschreibe. Dann fühlt man sich manchmal nicht mehr so alleine. einmal öffnen. Aber das ist manchmal sicher. Ich habe hier einen Kugelschreiber. Auch hier wollte ich eigentlich lieber einen Bleistift haben, weil ich glaube, dass man den mit dem Messer besser schwitzen kann und der auch länger hält. Hauptsächlich, weil ich glaube, dass er länger hält. Aber ein Kugelschreiber ist auch noch erstmal okay. Notizblock. Mit Kugelschreiber. Und dann einmal ganz viel Platz zum Schreiber. Und dann wiederholen Sie den Kugelschreiber. Der Kugelschreiber der Kräuter mit Läueren kann. Jahrhundert. Hör schon! Schreiben wir mal eine kleine Flaschenbrust und schreiben herzlich willkommen auf den Sleeping Island herzlich willkommen auf Sleeping Island natürlich zwei Härtchen für uns beide und vielleicht noch schön, dass du da bist und dann können wir die Flaschenbrust verschicken Schön, dass du da bist und zum Schluss Lots of Love und zum Schluss und zum Schluss und zum Schluss Endes kommt bald wieder Siehst du, hat es sich doch schon gelohnt, dass ich uns das mitgenommen habe. Das gebe ich dir jetzt mit. Und dann kannst du uns bei deiner Reise auf die anderen Insel ins Meer werfen. Und wer deine Nachricht findet, kommt mich hoffentlich ganz bald zu. Bitte schön. Schön, dass du bei mir warst und ein bisschen Zeit mit mir verbracht hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem Entspannung auf den anderen Inseln. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.